Es gibt viele Organisationen, die für die Sicherheit der Bürger ihres Landes sorgen. Doch wenn in dieser Welt ein Verbrechen geschieht, kann nur ein Team die Geschichte wieder in Ordnung bringen. Die Happy End Agentur ist eine Geheimorganisation, die sich dem Ziel verschrieben hat, jede Geschichte zu einem glücklichen Ende zu führen. Au! Nagel abgebrochen. Aber als eine böse Hexe. Oh nein, wir wollten nicht unerlaubt in ihr leckeres Pfefferkuchenhaus eindringen. Zwei unschuldige Kinder entführt. Wie kann man seine Kinder nur Hänsel und Gretel nennen? Findet sich. Rettungsteam Alpha, bereit loszuschlagen? Rettungsteam bereit. Hey, hat jemand Bock auf eine Pizza? Wolf! Das alte Team wieder zusammen. Rotkäppchen, die Gnadenlose. Ihr beide seid jetzt Partner. Sie können mich nicht mit dem zusammenstecken, der ist nur ein Klotz am Ball. Wolf, der Planlose. Ich habe einen super genialen Rettungsplan. Wow, das ist wirklich schmerzhafter, als es aussieht. Großmutter, die Furchtlose. Das machen wir mal Oldschool-mäßig. Fabelhaft. Twitchy, der Hoffnungslose. Hey, der hat ja gar keine Hosen an. Wie unangenehm. Macht euch startklar. Rettungsteam Alpha, vorwärts los. Du hast echt was drauf. Du Schwein. Für die Fortsetzung. Wir pusten und pusten. Und werden ihr dein Haus wegpusten. Oh, gar nicht gut. In 3D. Äh, hi. So, du glaubst, du kommst hier einfach so über meine Brücke? Mhm. Auf gar keinen Fall wird so eine Rotkappe hier über meine Brücke gehen. Na, komm schon. Du meine Brücke. Bye, bye. Schweinegeile News, mein Arztakt, ich werd's überleben. Das hätt ich wohl kommen sehen sollen. Das Rotkäppchen-Ultimatum. Rote Kappe oder Klappe? Was liefst du hier so? Mein Magen ist etwas nervös. Ich musste nur mal ein bisschen Druck ablassen. Ist doch ganz natürlich. Mann, das haut einen ja um. Wow. Was liefst du hier so?